Lose Oh, nein, geh weg, ich, oh, lol, scheiße, wie komm ich denn jetzt hier wieder, fuck, komm ich denn jetzt hier wieder raus Warum passiert das eigentlich immer mir? Wie komm ich da rüber? Alter, Vater Okay, los, 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 los Weiter Und schlucken Yes Komme ich draußen? Was ist das? Achso, ein Auto Okay, ich glaube, wir sollten nicht allzu lange hier draußen bleiben So, wir müssen rennen Lauf, 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 lauf Da hinten Wo? Ein feindlicher Speer Ist was drin? Lass die nicht entkommen Nein, das ist ja, das sind ja gar nicht meine Geh raus, duck dich und beglück dich Nein, was? Äh Was, ich hab den noch voll getroffen, fuck Scheiße Scheiße, hier bin ich Oh nö, ich bin hier Oh, lecken mich doch am Arsch, ey Und dann hab ich das Ich hab Nix hab ich eingesammelt Scheiße Sie sind dann Oh nein, fuck Wie viel Geld hab ich? 80 Oh Fuh, Junge So ist mir egal, ich überschätze hier einfach durch Au Cool Mit Tischzerstörung So, erster Toter So, zweiter Toter Hier war noch Geld, alles klar So, mehr brauch ich nicht Wow, den hab ich den Helm weggefetzt und dann direkt ins Gesicht Das war geil Ich bin hier Oh, jetzt ist der erst umgekippt Ich hab den voll ins Gesicht geschossen Na, pump dann So läuft das Silent Aua, 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 aua Zurechnen Hier ist auch noch irgendeiner Oh na Nein Richtig getroffen Keine Ahnung So, jetzt geht's hier nochmal richtig geil Und Nein Blatt nach Oh Jesus, der ist mir daneben So Das nimmt man auch noch mit Weil das ist dann Dass ich das nicht wenigstens speichere, was ich schon alles eingesammelt hab Wo hab ich das hier vorher alles eingesammelt? Keine Ahnung Ist ja auch egal Jetzt hab ich's eingesammelt Ist da hier noch was? Ja Alles klar Oh, man hätte das auch so ausmachen können Tja, ich mach Radius immer so aus Nicht wahr? Kennen wir ja schon Hier ist Nichts Das ist hier richtig? Ja genau, da bin ich reingefallen So ein Bock wie ich bin Das war scheiße Jetzt muss ich durchrennen Und Und Ich muss auch noch Angst Vor genau diesem Viech haben Und die kümmert sich da rum Alles klar Dann warten wir ja mal kurz Jemand verletzt? Nein? Okay, dann gehen wir Gott Der war ziemlich groß Passt auf, was hinter euch ist, Leute Bitte sieh mich nicht Bitte sieh mich nicht Ey Meinen sie nicht Dass der Hauptmann sie wegen ungehorsam Verschießen lässt Er hält sie streng Wartet auf mich Glauben sie, dass es Die geplügelten Frotanten interessiert Ich wüsste jetzt alle abzuschießen Aber Ich lass es mal lieber So, dann snecken wir uns hier mal durch Wechsel noch einmal den Lüfter Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn hier noch? Ah, hier war nochmal der Tote Alles klar Nehmen wir auch nochmal aus Ja, so viel hat er jetzt auch nicht Okay Und jetzt geht es aber hier wirklich Da steht jemand Super, jetzt hat er mich auch noch gesehen Die sind hoffentlich schon weit genug weg Weil das könnte jetzt blutig werden Ja, ich kaufe noch keine Sniper Ich habe meine Pistole Die ist sogar schallgedämpft Was hat das denn? Ööööööööööö So sah das ungefähr aus Nein, jetzt haben die Die Archies Die locken die jetzt auch noch an Schlimm genug, dass ich gegen euch kämpfen muss wie jetzt hier bin ich ja komm doch junge ich blute okay du bist auch aber du bist auch tot durch die gegend schubsen oder das ist okay die gasmaske kann durch gegen schubsen aber den körper nicht da steckt wieder ganz viel logik dahinter so ich schieße jetzt auch alle noch ab hier bin ich da sind doch noch ein paar mehr als nur einer okay ich habe auch gesagt ich schieße die ab und nicht nur den komm her auf die fresse beim nachladen das ist ja noch jemand du arsch noch du bist der ledig mischgerl ah fuck jetzt zieht mir so viel leben ab warte noch kurz wir haben hier verluste was ist oh oh der ist am arsch so ist brav so war der andere lol nein das gibt es gar nicht oh bitte auf und wo muss ich jetzt wieder starten lol aua seit die bilden hat das schubst du mich hier runter fuu au nein fuck man das ist doch scheiße scheiß kackspiel du bist voll buggy du bist ja ungefähr so gut wie im minecraft doch ich kriege immer noch schmerzen ja laber aua radioaktivität ich sterbe am arsch okay was laber ich eigentlich für scheiße am arsch ach ich wasch dir jetzt einfach durch irgendwie früher oder später ich lasse jetzt erstmal Spaß haben ich will mal gucken wo der runterfällt fährt gar nicht runter fährt gar nicht runter nein okay dann gehen wir ich warte nicht bis die nah genug dran sind und dann stecke ich dir ne lunte im arsch ne ne lunte nicht ne lunte ist ja das was da gerade so schön wackelt die nicht entkommen shotgun so ich habe ich getötet zwei besser als keinen stecken stecken wir uns von der anderen seite naja Spaß hier ich warte bis sie er kommt okay hier ist vielleicht ganz gut nachladen wo sitzen wir guck mal guck mal lol tja was das scheiße war so sterben nur echte bobs so sterben nur echte bobs Hilfe wo liegt die schnapp dir mal einen von denen los fang ne nicht fangen hast du das fass genau fang okay den müssen wir jetzt auch fang nein das darf nicht passieren nimm sie eine nein fang fang warum bin ich so schlecht ich muss jetzt mal etwas essen konzentration stärken mhm lecker riegel von einer gewissen firma die ich jetzt nicht nennen werde mhm lügerkinderriegel mhm nein ich lass mich sterben jetzt ich lass mich sterben ne das ist schon was ich meine der läuft automatisch nach links Arsch oh Gott mhm hm mhm mhm geschafft Was? Was wackelt hier denn so? Achso, da war schon wieder so ein Schneesturm. Ja, beruhig dich. Aua, das tut weh. Was für ein Arschloch. Schießt er durch mein Kokeloch. Ich weiß nicht, wo der war. Einen? Mindestens sieben. Nein, ich hab daneben geschossen. Und nochmal. Was? Okay, meine Stimme war gerade etwas hoch. Ah, ah. Okay. Der ist ja der Mann noch. Okay, nein, warum sollte der jetzt weg sein? Ich habe schon wieder voll Müll. Jetzt, geh da hoch. Oh, jetzt aber, oh. Okay, jetzt eine Spritze. Dün, dün, dün. Ich sollte nachladen. Oh, vielleicht nicht hier. Da muss ich ja schon wieder so ein Teil nehmen. Du bist tot, du kannst nicht mehr reden. Dass man den Leuten das immer erklären muss. Ah ja, weiß ich klar. Ich stehe mit einer Shotgun aus nicht mal einen Meter Entfernung in den Bauch schieße. Warum sind die da nicht tot? Also, weiß nicht. Wie unlogisch. Glaube ich. Weiß ja nicht, wie das so ist. Das ist doch die beste Waffe. Hier, beste Shotgun, meine ich. Stand da jedenfalls einmal. Und dann sterben die nicht? Ich in den Bauch schieße. Was? So kurze Entfernung? Da hinten. Wow, der war hart. Na endlich. Meine Fresse. Yes. Wir haben es geschafft. Schwarze Station. Es war klar, dass die schwarze Station von Faschisten besetzt war. Aber Ullmann hatte gesagt, er würde dort auf mich warten. Ich musste es riskieren. Nice. Nice. Hi. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Das ist doch... Schmiller. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Ich werde im verlassenen Tunnel zur Paulis auf dich warten. What the fuck? Oder ein Schalldämpfer. Das ist ja mal voll geil. Nimm dich wieder mit... ...Dotter. Nennt man das einfach nur Dotter? Irgendwas mit Dotter. Ja. Silent. Okay. Absolute Konzentration. Ach so. Scheiße. Ich weiß nicht. Hab sie seit Wochen nicht gesehen. Und jetzt hängen wir hier fest. Ja. Wer braucht das alles schon. Aha. Und wer ernährt eure Kinder? Das Militär vielleicht? Was für ein Leben. Vielleicht die Familie schnappen und nach ganzer gehen? Du weißt, was mit jenen passiert ist, die es versucht haben. Was? Wie ein Ninja. Oh, ich war gerade voll leise. Fällt mir jetzt weinen. Ja, habt ihr gesehen. Voll Konzentration und so. Aber habt ihr das gesehen? War ich nicht gut? Oh Mann. Zum ersten Mal jemanden nachmachen, ne? So. Ich kriege einen Anruf. Okay. Damit beenden wir die Folge für heute sowieso. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und damit bedanke ich mich auch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.